na und da unten sind sie schon guckt mal einer an ist das nicht traumhaft ach man gibt es leder herr bruder und im wasser hat doch die fresse das ist der richtige ort ja wohl ins boot nehmen rüberfahrends mindest schut schut kann man euch helfen jungs ich suche auch gerade was habt ihr schon was gefunden was was denn ich okay das gefährlich genau deswegen hey ihr habt doch angefangen ihr affen wir können noch drüber reden ich kann noch drüber reden du schaffst ich guck mal was es hier noch gibt ach ja schon tot ok ziegenkäse ja ganz toll warte mit einem erkundungsgebiet ja habe ich schon lol ich habe ziegenkäse gefunden oder was ich bin überrascht was sind eres da drüben Booster. Das Booster nimmt die Stand. Mimimimimi. Welcher das wohl sein könnte? Ja, das dachte ich mir halber. Ja, aber ja. Wird schwer. Wir holen kurz die Schätzi-Lines und dann machen wir die Ruhm-Schlacht noch. Vollbremsung. Obsteigen. Der Hahn, Alter. Was geht bei dem? Hier oben? Nö. Boah, Tweety's. Lass die Scheiße doch. Ach da. Hühnerei. Okay. Ja, aber wie ich erwähnt hatte, das war klar, dass es jetzt kommt mit der Ruhm-Schlacht. Das ist scheiße. Weil es war eigentlich so, als hat es gar nicht gewollt. Ah, ein Dolphin. Ja, genau. Und das Boot geht kaputt. Seuf gleich ab. Ui. Ich bin am richtigen Ort. Natürlich sind wir Teddybären. Haut sich ein Riebel an, du. Kerne, kerne. Halt auf die Fresse einfach. Halt auf die Fresse einfach. Oh, da ist noch was. Oh, was hat man da feines. Ja, Bruder. So. Wir müssen mal denen jetzt halt helfen. Das könnte halt echt schwer werden. Da lang. Vor allem, wir haben es ja erst geschwächtet. Egal. Halt die Fresse. Ich helfe euch gerade. Aber es gibt wahrscheinlich zu 100% eine Seeschlacht. Ne, es ist ja kein... Hi, Hundi. Es ist kein... Wie heißt's? Kein Kampffeld. Aber wir sind Hafen der Nähe. Von daher... Hm. Wir könnten den Schiff gebrauchen. Apropos Schiff. Wie sieht's mit dem Upgrade aus? Was wäre da für ein Söldnern los? Ne, den wollte ich doch gar nicht. Äh, Mann, Mann. Wenn uns die Adlerfrau aufsucht, dann ist Zeus uns doch wohl gesonnen. Ja. Mein Schwert. Slade. Seeschlacht. Oh, doch nicht. Geht das Ding her, Mann. Ich habe eigentlich nur einige Vorspeichert. Dann kriege ich die Spartaner das auch selber hin. Gut. Fresse da. Sparta ist halt echt gespächt. Aber für Sparta. Fallen sich jetzt mal richtig viele Athener, ne? Ja. Ja. Okay. So, den Rest musst du selber schaffen. So, den Rest musst du selber schaffen. Und los geht's weiter. So, den Rest musst du selber schaffen. Das hat mir Spaß gemacht. 56 Soldat oder 5 Hauptmänner? Ja, mehr kriegst du irgendwie schnell, da weißt du gar nicht hin. Das ist schön. Ah, der ganze Loot. Na, das wollt ihr nicht. Bei mir ist halt ein gewisses Rhydo-Solver-Mahle-Sei. Oh. Ja, geht doch. Hä? So. So. Hat sie das auch erledigt. Atastea, ne? Ach, die ist da drüben. So weit weg. Schnellreise. Ah, ich liebe die SSD. Ganz ehrlich, aber ich gebe euch einen Tipp. Holte ich eine SSD für die Games? Es lädt so ganghaft schnell. Finde mich, Adlerfrau. Nach verhängnisvollen Ereignissen haben sich unsere Wege getrennt und die Folgen spüren wir immer noch, auch wenn wir voranschreiten. Sieh nach oben, wenn du im westlichen Dorf in Achaia bist. Dort findest du mich. Okay. Los geht's. Wo hast du meine Routenplanung? Wo ist denn das Dorf überhaupt? Da unten? Dann machen wir ja noch mal. Wir helfen da kurz mal bei der Oberungsschlacht nochmal mit. Helfen Sparta. Wisst ihr, Sparta? So. Da ist noch eine Story Quest. Da lang. Okay. Dann machen wir eine Schnellreise. Ich bin ja blöd. Ich segle da die sieben Kilometer, sie sind da lang. Pebbles. Mann, jetzt komm her, Kaul. Echt. Du hast ja eine Geschwindigkeit raus, sieh da zum... ...einschlafen. Jetzt gibt's die für der Ghostman Klein. Was ist denn hier los? Ganz ruhig, aber man muss sagen, wie es ist. Pebbles, Scheut. Na gut, bei dem was hier schon mitgemacht hat, dass die nicht mehr scheut, ist klar. Ich würde mich wundern, wenn es anders war. Ach. Was haben wir da oben? Achso, nur ein spartanisches Lager. Na gut, aber Hauptsache entdeckt, ne? der lag auf dem hügel bist du gestolpert also so höhere springe da gerade alleine zu den ganzen aber das übte aber noch das regt sie noch hin hallo danke ja 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 so Das können Sie aber nicht schlacht oder auch nicht werden. Schick die Athena in den Hades! Cricket! Der ist eh gleich tot. Der ist nicht so gut. Der ist nicht so gut. Der ist nicht so gut. Gibt her. Bruder, never. Da ist er. Zack. 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 Ach, dann leck mich. Ey, bleib da. Gibt es Dinger. So, umschlagen wir hin. Da. Ah, ich wollte den noch umbringen. Ja, letztes Mal waren es mal, ja. Die Leichen können wir halt looten. Aber so viele sind es gar nicht diesmal. Ich bin enttäuscht. Naja, könnten kurz behilflich sein. Spatialische Vorherrschaft wieder stärken. Ist ihm geschwächt, da geht es aber noch. Da unten ist es auch noch. Nee, da müssen wir jetzt echt kurz helfen, weil wir haben da so viel Zeit und Kraft rein gesteckt. Für Aten. Äh, Sparta meine ich. Dass ich das jetzt nicht aufgeben möchte. So, das gibt es jetzt aber eine Seeschlacht. Eine Seeschlacht, die ist lustig, eine Seeschlacht, die ist schön. Hallo. Hallo. Hier ist der Ort. Ja. Ich überspringe es, als brauchen wir es nicht geben. Das ist das gleiche. Ich quatsche immer, ne? Ja! Es ist das nur die Seeschlacht! Ja! Ja! Es ist das nicht so. Ja! 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 Feuer! Die sind näher! Echt? Wurde? 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 Viel Spaß! Wurde? 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 Volle rahmgeschwindigkeit Das war's Für Sparta Und da drüben liegt noch ein Haufen Luder, Alter Achso, das wollte ich jetzt nicht So, ist so eigentlich ein Quest Angreifbar, schon wieder, Alter, es hört sich aber mal auf Gibt's sonst noch irgendwo was hier? Ich weiß ja, alle spartanische Gebiete halt, ne? Das ist gerade der Scheiß Gut, wir haben die auch Ich hab gefickt Gegen Sparta Wenn wir das haben, dann machen wir jetzt wirklich die Quest Jetzt hopp, lad Wo muss ich hin? Da Peppo Hopp, go, 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 go Hab's eilig Hab keinen Bock Gebiete abzugeben Hopp, ja, spring später langsam Hopp, ja, steh später langsam auf Jetzt hopp Meine Fresse Schiff Perfekt Ein schlechter Tag, Platin Ein glorreicher Für Sparta Und auf die Fresse Boah, Tui, die greift voll an, Alter Voll Arko Da kannst du halt einfach mal rein schreddern Irgendein du sie immer wischen Oww Saa Saa Aha, getriggert Hör doch auf damit Für Martha Nein, da hat sie viel lebt, der blieb noch Da vorne sind wir weg Was der nichts abkriegt, halt, ist, ist das strange Und drauf Was ist denn eigentlich der Feindlich-Hauptmann? Da ist er glaubt Ja, da war er Ja, ist auch cool, so BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ� wo muss ich hin kilometer irgendwo habe es erwähnt ist es würde ja ja warten ach ja ach da oben okay ein guter spart ein bisschen gefickt weil die sind ziemlich ne eingekesselt wir gehen aber dahin ist kürzer bin ich mir gespawnt was ist da passiert fein dass man so eine weile zocker ist auch gut weil die fläche aus dem keller geht raus ist aber auch recht sein pp aber wie es aber ja brauchen wir nicht jetzt kommt man das fische muss man langsam mal ein lauf in der stadt ist nervt ja wir sind jetzt hat genießen boogie nächstes mal scheiße geil für eine satz schnell vorwärts kommen da kein bock jahr tausende dazu hier zu verbringen weiß pferd aus der pushe kommt ach so ist mir so ein scheiß hafen auf hopp dass sich daran keiner stört so stelle das irgendwas dann gehen wir da lang aber xantipp xantip xantipp 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 ist wahrscheinlich vermute ich mal mein griechisch ist nicht zu sonnlich gut wie ich gemerkt habe hoffentlich langsam ne es ist1 nice und Synchro Punkt ja leckst um euch nix geiles müssen gruppen auf zum synchro punkt ist mir scheißegal wenn ich hinten kennst du punkte ist er erst noch verstohlen als ich ach lol wo du dich je aus nach makedonien nach dem jäger nirgendwo in der griechischen welt werden wir je wieder sicher sein wir nicht wir können niemals ruhen wir sind ständig auf der flucht verweist du zu lange stampen sie nicht sowieso keine heimat keine verbindungen klingt nach einem einsamen leben aber es ist ein leben kassandra und die alternative besser ein einsames leben als gar kein leben wird sich natakas anschließen deshalb habe ich die nachricht geschickt ärger wir suchten den nachher ein schiff zu fernen gestanden ein simpler plan doch wie so viele simple pläne wurde er kompliziert diese flotte ist auf dem weg nach patrie sie ist nicht die erste da ist etwas faul ständige militärpatrouillen see blockaden attack zog los um uns ein boot zu besorgen kam nicht zurück du musst irgendeine ahnung haben was mit natakas geschehen ist er ist schlau er versteht es unauffällig zu sein angesichts der streitmacht die nach her stationiert ist ist er vermutlich eher versteckt als als er ist da draußen was glaubst du was hier vor sich geht etwas großes natakas hat vielleicht mehr darüber in erfahrung gebracht es könnte der orden sein noch ein grund mehr ihn zu finden er wird nicht schwer zu finden sein er nahm diese straße nach patrie dann fangen wir genau dort an folge mir das ist nicht ein dach das stimmt naja dann verfolgen wir den mann auch in ich hoffe das geht ICFU hat aber bei weidem so wie Penix aber vorher das haben sie und das haben das da gemacht wir haben den klangweilig du hattest gehofft ich unterhalte dich mit dem jürgen Geschichten der legendären abenteuer nun wir haben uns lange weine bringt sich der weg teilt sich äh das müssen wir auch noch suchen machen eine schwere rüstung und blut aber keine leiche natakas hatte es wohl eilig wenn er so ein chaos hinterlässt was ist da diese waffen gehörten einem soldaten nicht natakas such weiter ah guck mal es gibt keine spur von attack nur vorräte und kriegsgerät er ist untergetaucht gut so das machen wir die nächste aufnahme sehr gerne haben danke für's zusammens mit dabei sein und bis zum nächsten mal bei sonst wiedersehen und auf Wiedersehen Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020